Mein Mann hatte zwei absolut linke Hände. Eine Katastrophe jagte die nächste. Aber das ist Geschichte. Denn jetzt ist mein Mann ein Mann. Dank der Dual Saw. Kein Schlüssel fürs Vorhängeschloss? Entriegelt. Die horrenden Kosten für die Entfernung des alten Zauns? Geschenkt. Die alte rostige Kinderschaukel? Ein Fall fürs Altmetall. Handliche Teile innerhalb von wenigen Minuten. Und tschüss. Die verfaulte Holzterrasse? Kein Gegner. Der verwitterte Geräteschuppen? Geschichte. Oh yeah. Und die Küche meiner Schwester ist jetzt größer. Dual Saw und mein Mann. Dieses Team ist einfach unschlagbar. Mein Papa ist der Größte. Dual Saw ist die Größte. Dank der patentierten, gegenläufig rotierenden Doppelplatztechnologie. Mit stahlharten Wolfram Carbon Klingen, die sich entgegengesetzt bewegen. Dual Saw schneidet Riegips, Kupfer und Betonstahl. Sie sägt durch Holz, Plastik und sogar Stein. Mein Mann ist nicht mehr zu bremsen. Alles geht leicht und sofort. Mit der Dual Saw ist jeder Gegner kein Gegner. Mein Papa schafft einfach alles. Mit Dual Saw gibt es keine Grenzen. Der alte Sichtschutz, schutzlos. Und jetzt genießt die ganze Familie die Früchte seiner Arbeit. In den USA ist Dual Saw längst Standard in jeder Werkstatt. Endlich gibt es Dual Saw auch hier. Dual Saw ist pure Schneide- und Sägepower. Der Hauptunterschied zu herkömmlichen Sägen liegt in der zweifachen Traktion mit gegenläufiger Rotation, die die beiden Sägeblätter separat bewegt. Die hochwertigen Komponenten garantieren extrem saubere und glatte Resultate. Dual Saw geht durch alle Materialien wie ein heißes Messer durch die Butter. Geht nicht? Gibt's nicht. Dual Saw macht Widerstand zwecklos.